Ja, hallo, guten Morgen. Es ist der 2. Februar. Es geht jetzt weiter. Entweder nach Adelaide River, das sind 130 km, oder nach Hayes Creek, das sind 80 km. Das hängt wieder von meiner Laune ab, aber ich fühle mich eigentlich wesentlich besser als vor zwei Tagen. Und, guten Morgen!